jo leute und damit willkommen zurück zu kaiser mario mit dem flash mit centos der alten nudel oh mein und ich war ja noch beim bus ist man dann eigentlich fertig oder konnte jetzt weiter ich bin schon wieder gestoppt es klappt doch sogar nicht natürlich fliege ich spreche mal in den arsch rein stehst du auf den arsch rein zu springen ich bin bei den scheiß geistern diese doppelgeister wo sich zweimal drehen mann ja mann tut mir leid es war das weihnachts essen ja ja ach ja wir nehmen direkt an weihnachten auf wir sind so bescheuert dass sie das machen hey das ist das geilste alter kriegt das ding jetzt hier nicht oder was wie ging das jetzt mit der kupaschukröte mit der kupaschukröte ja wirklich kupaschukröte mal speichern immer so zwischendurch mann mann nein 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 ich bin immer in diese scheiß flamme rein ach der trifft mich auch noch der wichser nein ich bin auch wieder in die flamme rein naja du ja ein kleines save ist doch kacke ja ist das sein ernst natürlich centros ist das sein ernst ich bleedfl komplett mit einmal ganz schnell bei mir ist hey du scheiß flammwichser nein ich werde auch nicht immer weniger stacheln ist klar ich bin jetzt bei dem silbernen button muss ich den jetzt rausspringen oder mitnehmen mitnehmen wohin denn aber mitnehmen aber wie komme ich denn darunter diesen blauer stein da kann also muss ich denn damit hin und den kopf links oder rechts ja probier das doch selber auto arsch doch jetzt nicht probleme als habe ich den untergeschmissen das ist dein ernst ich verstehe wo ich muss ja ich heiße das wird so nix hoffentlich musste laden an einer beschissenen stelle untergeschmissen schmeißen immer unter den scheiß ich weiß hier und safe fuck geht immer so hin er dich kriegen kann nein 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 geschafft ist eine schriftlich hat zum haul jetzt bin ich ganz oben verstehe das nicht okay dass da nicht bitte den stein aufheben danke jetzt weiß ich nicht mehr weiter jetzt muss ich irgendwie gucken was mache ich mit dem blauen button hier in den arsch heben du weißt schon was ich mit dem blauen button machen muss du weißt du doch klar kann ich das ja wo muss ich damit hin und sag ich dir aber nicht dazu soll ich dir das denn sagen macht das doch selber ein netter mensch sein kannst auch ich ja du das soll mannett zu mir sein nein will ich aber nicht sieht ihn jetzt mit ich schaue jetzt einfach video pech macht doch mache ich jetzt auch du mann ist ja nicht so dass ich das nicht selber gemacht habe gemogelt hast klar so mario ich bin jetzt den speed one an mann ich bin jetzt den speed one an speed 1 nein das geht mir jetzt schon auf den sack das ist das bei mero gibt es ab mario gibt es ab oder das kreis und er hat auch kein so gemacht ich hab's geschafft ich hab's geschafft dass er die nicht mal richtig benennen kann das ist doch gäste aus